Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Escape Evil Mom-Obi. Wie war der Name? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, die Story hab ich jetzt mir schon wunderschön durchgelesen. Wir chillen hier gerade auf unserer Couch, viel zu nah an unserem fetten LG-Flatscreen-Monitor. Vor unserer Xbox One, das ist ein Xbox One S. Wie nennt man die Konsole? Ich hab da den Durchblick verloren. Irgendwie sowas. One S, One X, irgendwie sowas. Vor unserer Xbox One irgendwas. Und, tja, Jailbreak geht nicht mehr. Wir haben die Verbindung verloren. Aber warum hat der zwei Xboxen? Ich will auch zwei Xboxen. Warte, der hat zwei? Wo ist die zwei? Ja, da ist eine und daneben ist die zweite. Ich seh nur eine. Wie, du siehst nur eine? Ich seh nur eine Xbox. Bin ich blind? Ich schick dir jetzt ein Screenshot. Okay. Das sind eindeutig zwei Xboxen. Dann weißt du offensichtlich nicht, wie eine Xbox aussieht, Rolox-Felix. Die Xbox sieht doch nicht so aus. Doch, die hat eine Hälfte, da steckt man das Spiel rein und eine Hälfte, da wird die Luft rausgepustet. So sieht die Xbox aus. So eine hab ich im Schrank stehen. Oh, das ist aber dann eine ziemlich große Xbox. Ja, das ist eine ziemlich große Xbox. Ach so. Oh, okay. Ich dachte, das wäre einfach nur eine gewesen. Naja, jeweils eine. Na gut, auf jeden Fall, unsere Mutter kommt hysterisch in das Zimmer und schreit, Du spielst so viel Roblox! So klingt meine Mutter auch immer, wenn sie mir das Internet rauszieht. Jeden Tag. Meine Mutter schreit genauso drum. Und wir müssen jetzt aus dem Haus unserer Mutter entkommen. Also los, rüber wir über die Xbox-Controller. Wir haben keinen Whitecover, steht da. I love Roblox. Ich liebe Roblox auch, ja. Wie alle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind Lava-Parts. Das haben wir... Ich glaube, unsere Mutter ist verrückt. Sie hat im Flur Lava ausgelegt. Und Türen zugenagelt, was? Nein, warum macht unsere Mutter das? Oh nee. Warum hat sie Mikrofone hier? Links oder rechts? Ja, warum sind hier große Mikrofone? Wir müssen hier rüber. Yes, links. Dann bestimmt hier... Ah! Ich hab nicht geschaut, wo wir gegangen sind. Du bist in die Mitte. Ja, ich brauch voll lange zum Respawnen. Would you like to skip this stage? Nein. Okay, welcher ist es? Es ist rechts und dann nochmal rechts. Dankeschön. Ich muss erst mal warten, bis ich respawnen darf. Nein, ich will nicht die Gravity Coil. So, rechts. Dann nochmal rechts. Dankeschön. Genau. Sicher, dass das Mikrofone sind, die in pink werden... Na, egal. Kann man wirklich nicht durch die... Man kann nicht durch diese Türen durch. Okay, dann gehen wir hier lang. Und hier lang. Und... Das sind Fernseher. Ist das der Garten? Warum sind hier so alte Röhrenfernseher im Garten? Ja, du weißt schon, das ist die Müll deponieren im Garten. Hattest du eigentlich schon mal so einen Fernseher oder bist du zu jung dafür? Ich hatte so einen Fernseher, natürlich. Das war mein erster Fernseher. Ich hatte so einen, dass ich war so stolz auf das Teil. Ich hatte so viel Spaß damit. Ach, du hattest selber ein? Ich hatte nie selbst einen Fernseher. Ja, das war das krasseste, was ich je hatte. Ich hatte einen eigenen Fernseher und später eine Playstation 2. Und das war meine Kindheit. Ein Röhrenfernseher, eine Playstation 2. Bist du schon vorgerannt? Ah ja, bist du. Ich bin einfach durchgerannt. Ich bin einfach über die Blumen. Okay, wir können uns doch ein bisschen mal hier über die Stages unterhalten. Unsere Mutter hat hier ziemlich große Pflanzen. Und wir müssen jetzt in die Höhle hinter unserem Garten, okay? Oh, scary. Hä, ich bin gestorben. Was? Okay. Ich weiß nicht, an was du gestorben sein könntest. Warte, ich geh nochmal rein in die... Hä? Warte, okay, warte. Ich muss das nochmal über die Pflanzen drüber schaffen. Ach im Blick, wir haben es bald geschafft. So, ich geh da jetzt rein. Bist du wieder gestorben? Ja. Ich bin wieder gestorben. Hä? An was stirbst du da? Ich muss nochmal über die Pflanzen drüber. Du bekommst nicht mal den Checkpoint. Ja, ich bekomm nicht mal den Checkpoint. Gibt es da überhaupt einen Checkpoint? Ja, ja, direkt. Zwei Meter dahinter. Okay, ich bewege mich nicht, sobald... Was habe ich falsch gemacht? Oh nein, okay. Leute, ich schaffe das. Noch einen Versuch. Warte, ich mache mit Shift-Lock und dann direkt in die Richtung. Ja, Mann. Ich weiß nicht, was ich vorhin falsch gemacht habe, aber... Alles klar, wir haben natürlich in der Höhle unter dem Garten unserer Mutter Lava. Und wir sollten die Lava nicht berühren, sagt er uns. Ist unsere Mission eigentlich jetzt das WLAN wieder anschalten oder vor unserer Mutter entkommen? Ich weiß es nicht, was die Story dahinter ist. Ja, aber... Oh, dann kann er skippen. Darf ich das überhaupt skippen? Stage 7. Ich wette, das ist so eine Obby, bei der man Stages nicht skippen kann. Nein, kann man nicht. Okay, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Den ganzen Weg. Den ganzen Weg zurücklaufen. So, und jetzt habe ich die nächste Stage. Das konnte nicht das Problem gewesen sein, weil da gab es ja keine Checkpoint. Aber was ist mit unserer Mutter los, dass sie hier Lava unten hat? Ich weiß es. Okay, go through here. Natürlich, wir gehen hier durch. Okay, wir müssen unseren Kopf unten halten. Was für Leaks? Wo kommt die Lava her? Wir sind unter dem Haus unserer Mutter. Ich habe deinen Kopf unten. Kopf unten halten. Kopf unten halten. Ah ja, warte, Kopf unten halten. Ja. Warte. Oh. Genau. Okay, dann rein in den Vent. Und jetzt sind wir noch tiefer. Warum ist in der Höhle unterm Garten des Hauses unserer Mutter noch ein Vent? Du weißt schon, Luftzirkulation und so. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das passt schon so alles. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Das ist so eng. Ich werde voll klaustrophobisch. Hallo? Ich gehe in den First Person. Go around the stream. Okay, wir gehen außenrum. Wir dürfen zwar mal nicht rüberspringen, sondern außenrum. Ah, peinlich. Er ist gesprungen. Oh, ich bin aus dem Bett gefallen. Ich bin tot. Ja. So, dann muss ich wohl doch rumdumm gehen. Ich will nicht rumdumm gehen. Du musst. Und dann müssen wir hier wieder hoch. Oh, hier hochklettern. Oh yeah. Ich bin runtergefallen. Bin ich tot? Bist du tot? Hä? Warum stimmt man hier immer? Ich weiß nicht, woran ich gestorben bin. Ich bin vorhin auch irgendwie so an nichts gestorben. So ist das wohl. Übrigens, Roblox Felix. Ah, schon wieder. Ist irgendwo ein Killpart in der Wand. Die Obby ist so gut. Ich will mal hier reingucken. Du schaffst das schon, Roblox Felix. Ich nehme ein bisschen Abstand. Äh, jetzt. Ja, man. Wir haben es geschafft. Und Überraschung. Irgendwo hier in der Nähe des Hauses unserer Mutter ist unterirdisch, I guess, Säure und schwebende Kisten über der Säure. Das ist so eine Säureablagerung, weißt du? Ja, so ein Säureendlager für das, was unsere Mutter so aussondert. Und die Kopfhörer. Die sind natürlich auch hier. Ja, nice headphones. Nice. Das sind die neuen Beats. Genau. Ist das noch so in, dass man so Beats-Kopfhörer hat? Ja, Beats bei Ricky. Nichts bei Ricky, genau. Oh. Und jetzt. Oh. Nein, ich will nicht in den. Nein. Wir wollten doch von unserer Mutter hin. Okay. Ich, ich. Okay. Natürlich. Das gehört zu jeder guten Roblox-Ombi dazu, dass man erstmal aufgefressen wird. Jetzt brauchen wir gleich nur noch, nachdem wir durch den Magen durch sind, die Rippen wieder hochklettern. Und dieser Salat, der sieht mir viel zu realistisch aus. Guck dir das mal an. Oh ja. Der ist widerlich. Hä, wie habe ich das überlebt? Keine Ahnung, die Dinger kühlen dich ja auch nicht. Oh, okay. Aber dafür kippt man, stimmt man einfach manchmal an nichts. Was ist das hier? Ist das jetzt der Magen oder der Dündarm? Das ist der Dündarm? So sieht ein Dündarm noch aus, oder nicht? Ja. Nein, das ist jetzt. Das ist der Dickdarm. Okay, das ist der Dickdarm. Wir sind im. Oh Gott, ich rieche es. Ich rieche es doch nicht. Oh nein, du hast es berührt. Ekelhaft. Fass mich nicht an. Ich bin nicht ekelhaft. Komm her. Nein. Komm her, Antot. Nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kannst schnell, wer kannst schnell, wer kannst schnell, wer kannst schnell, wer kannst schnell. Nein. Ich falle, ich muss an links nach. Okay, ich überlebe es, wenn ich nicht in die Mitte. Das ist so unspektakulär. Ich gehe einfach nur runter, ich falle nicht mal. Wie tief müssen wir denn durch den Darm? Was ist das für ein Darm? Der Dündarm war so ein kleines Stückchen, der Dickdarm. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wo bist du eigentlich? Ich musste den ganzen Weg gehen, weil ich nicht fallen konnte. Ach nein. Achso, wir sind in der Toilette. Oh mein Gott, da ist unsere Mutter oben. Okay. Lass es weitergehen. Das hat unsere Mutter mit uns angestellt. Nimm den Checkpoint mit, wichtig. Okay. Okay, die Toilette liegt. Natürlich liegt die Toilette aus. Kennt man doch. Oh nice, you found it. Alles klar. Was ist unsere Mission? Ich weiß es nicht. Warum haben wir uns überhaupt essen lassen von der Mutter? Ja und... Ich will das nicht. Ich will nur ein Jailbreak spielen. Roblox Felix, wir müssen hier raus. Ja, wir gehen hier raus. Na, wir gehen hier raus. Komm. Ganz normal. Ist das jetzt ein Mausloch oder was? Das ist ein Mausloch, ja. Nein, ich will jetzt nicht wieder von der großen Ratte gejagt werden. Wie dick ist eigentlich die Wanne in diesem Haus? Ja, ich weiß auch nicht. Dieses Haus macht gar keinen Sinn. Na, wir springen einfach. Wir gehen über die Mäuse springen. Ja, easy. Gar kein Problem. Nur Lappen sterben hier. Ich sterbe doch nicht an ein paar Mäusen. Genau. Und da ist der Käse. Ja, jetzt müssen wir auf den Käse. Ja, ich wusste nicht, dass hier kein Boden mehr ist. Das sieht man doch. Das sieht man gar nicht. Ja, ja, ja. So, Roblox Felix, wir müssen jetzt kurz einen Moment innehalten. Okay, das reicht. Lass uns weitergehen. Oh. Wo sind wir? Jetzt sind wir dringend im Haus. Vor allem, wann wurden wir eigentlich geschrumpft? Ich glaube, als wir gegessen wurden, wurden wir geschrumpft. Ach, keine Ahnung. Hey, wir haben es geschafft. Und unsere Mutter ist eingesperrt und trauert. Ach, ich. You win, Ted Smiley. Was für you win? Ah, Mutter. Wir gewinnen gar nicht. Wo ist mein Jailbreak? Ich wollte Roblox auf meiner Xbox spielen. Hallo? Natürlich gewinnen wir. Wir haben den Kuchen, den Regenbogenkuchen. Der ist auch geil. Ich finde sowas absolut ekelhaft. Ich wollte nicht essen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, der kommt von unserer Mutter. Und unsere Mutter will uns nur Böses. Die hat uns vorhin ausgekackt. Genau das. Ja, okay. Das war es dann mit der Hobby. Das war der Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und abonniert Roblox Felix. Mich please auch. Please. Please, Anton. Please. Okay, das war es dann mit dem Video. Bis dann. Und ciao. 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 Ciao.